Mit der Serie 4 Blocks hat sich der Rapper Massiv unsterblich gemacht. Doch wie geht es weiter? Vor einigen Jahren wurde die Serie veröffentlicht und gleich zu Beginn war klar, das wird Geschichte schreiben. Denn die Qualität war einzigartig und spiegelt teilweise die Gesellschaft und die Strukturen in Berlin. Fast eine wahre Geschichte und so viele Rapper, die da mitmachten. Auch wenn es für Massiv am Anfang schwierig war, sich von seiner Rapper-Rolle zu lösen und sich aufs Schauspielen zu konzentrieren, hat er es am Ende sehr gut hinbekommen. Allerdings betont er, dass es nie wieder eine neue 4-Block-Staffel geben wird. Alle Fans müssen sich also mit dem, was schon released wurde, zufrieden geben. Allerdings arbeiten die Macher bereits an neuen Serien und auch Massiv plant scheinbar was Neues. Bluter Herz, es wird keine neue Staffel geben, weil es einfach zu viele Eskalationen am Set gab. Das ist eine absolute Erfolgsgeschichte. Wir hätten können nach 20 Staffeln weiter drehen. Aber die Drehbedingungen auch in Berlin an sich sind komplizierter, als man sich das vorstellen kann. Problematiken am Set und, und, und. Also es sind viele, viele, viele Punkte, Bruder. Hitzige Debatten, alles. Ich plane auf jeden Fall, also ist jetzt auch in den Endphasen, Bruder. Ich plane auf jeden Fall meinen ersten großen Film. Es sind noch zwei größere Projekte nach dem Film auch direkt geplant. Einmal Serie und einmal Film. Also drei Projekte sind angepeilt, Bruder Herz.